Letzten Speicherpunkt laden. Ja, dann machen wir das. Vergessen Sie nicht, Ihre Gasmaske abzunehmen, nachdem Sie die gefällige Zone durchquert haben. Sie könnten sonst im Kampf zerstört werden. Na toll. Bin ich wieder hier. Gut, wir gehen nochmal den schönen Weg hier. Der linke Tunnel, oder ist das hier der linke Tunnel? Ah, da ist noch ein Vieh. Ja, wir drücken wieder schnell hintereinander. Wo ist hier denn noch einer? Hi. Helft mir, helft mir. Gut. Ich hoffe, da kommen wir jetzt nicht noch mehr. Irgendwie spawnen die da, habe ich das Gefühl. Na komm, fall doch um. Und wir laden mal wieder nach. Ich sehe schon kommen, wie wir hier unsere ganze Munition loswerden. Oder zumindest sehr viel davon. Ach man, ihr nervt mich, ihr vielen Viecher, ihr. Hoppala. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ihr seid... Oder sterbt zumindest irgendwie sowas. Ich muss anscheinend echt hier hoch. So, wir laden nochmal nach. Und zwar alles, was wir haben. Komm, lad nach, bitte. Gut. Dann laden wir auch gerade mal. Das hat sich auch gehört wie ein Zug. Oh, wir sollten die Gasmaske vielleicht aufsetzen. Hoppala, lass mich in Ruhe. Autsch, 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 Autsch. Das ist natürlich praktisch, wenn man nichts sieht. So, ich glaube, wir haben alle weg. Gehen jetzt nochmal hier vor, laden nochmal nach. Okay, hier haben wir gesagt, gehen wir nicht runter. Ah. So, wir nehmen jetzt die Sachen von hier dem Typ. Und machen uns jetzt ab. So, ich glaube, hier müssen wir lang, oder? Ja, das hier müssen wir lang. Ich hätte auch einfach geradeaus gehen können, ne? Hä? Ich bin irgendwie in die falsche Richtung gelaufen. Oder ich weiß nicht. Irgendwas ist hier auf jeden Fall falsch. Besonders, weil vom linken Tunnel die Rede war. Auf jeden Fall muss ich... Hoppala, hallo! Ihr Scheißer! Komm her! Zack, 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 zack! Gemessert! So, das ist leer. Wir haben auf jeden Fall noch mehr die Packs. Die können wir uns gleich eigentlich mal reinpfeifen. So, und jetzt... Gehen wir mal wieder in hier die Richtung. Wird wohl richtig sein. Oh, hier, der hat auch noch Sachen. So, wo sind wir? Wir müssen hier wieder auf die Haupt... Dingens. So, und jetzt müssen wir... Wow, hallo! Wo muss ich denn jetzt lang? Hier rechts müssen wir... So, und jetzt müssen wir hier lang. So, wie es aussieht. Ja. Ja, wir sind immer noch richtig. So, jetzt müssen wir mal die Waffe wechseln. Oh, wir haben nicht nachgeladen. Leute, 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 das ist... Gefällt mir gar nicht. Gut. Lad nach, lad nach, lad nach. So, wir laden mal schnell die Taschenlampe auf. Zack, 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 zack. Ah, die ist schon aufgeladen. Hier ist es nur so neblig. So. Ach, komm, Leute, ich hab gleich keine Munition mehr. Wollt ihr mich äppeln? Kann ja auch nicht sein, dass hier so viele kommen und man so wenig Munition hat. So, das wäre hinüber. Super, wir haben noch vier Schuss. Das kann ja lustig werden. Ich beeil mich jetzt einfach mal hier. Ich hoffe, ich bin doch richtig, ja. Ach so. Einmal. Dann... Äh, lauf, 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 lauf. Zack, zack, zack. Run, Forrest, run. Oh, wir müssen das ausmachen, sonst können wir nicht rennen. Anscheinend hat's geklappt. Hilfe. Ich komme mal hier zu euch. Hi. Jetzt sag nicht, ich muss schon wieder hier hin. Leute. Jetzt sag nicht, ach, ich muss nochmal da hin. Wollt ihr mich veräppeln? Von mir aus gehe ich ja hier hin. Ach, uah. Oh, das ist ja leer. Schießt. Warte, ne, muss ich jetzt mal zum Schießen. Hi. So, jetzt haben wir noch hier das Ding. So, jetzt gehen wir mal hier hoch nochmal. Ach, hier muss ich noch so ein... Gut, dann lauf ich jetzt. Gut, ho, Errungenschaft freigeschaltet. Sprengmeister. Gut, gut. Nein. Ja, gut. Ziehen wir mal die Gasmaske ab. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Gehen wir. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat mit Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. Okay. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Hui. Was war denn hier los? Hier, gib mir deine Munition. Ich brauch Munition. Doch so viel. Äh, wo bist du hin? Ja, hier, wunderbar. Was ist hier das? Ist das so ein Kito? Ein Schrein der Hoffnung. Selbst in diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. Ach ja. Ich dachte jetzt eher, dass wir ein Friedhof oder sowas. Was ist das da oben? Sieht interessant aus. Ach ja, wo geht's runter? Haha. Ich lasse das jetzt einfach mal kurz wirken. Und, äh, ja, hier geht's runter. Aber will ich da runter? Das wär's. Rein da. Denk dran. Alles hängt von dir ab. Von dir allein. Okay. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Ja, tschüss. Ich geh dann mal sterben. Die Waffenkammer. In der Waffenkammerstation wurden die meisten Waffen der Metro gebaut. Darüber lag früher eine Waffenfabrik. Und nach dem Atomschlag siedelten die Arbeiter sich hier an. Ich suchte nach André, dem Waffenschmied. Aber er fand mich zuerst. Ja, dann schauen wir mal, was der gute André uns zu sagen hat. Ähm. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hm, Spinnen, Totenköpfe. Alles, was der Mensch zum Leben braucht. Will ich da runter? Ich glaube nicht. Kriege ich wieder ein bisschen? So, wir machen mal die Taschenlampe an. Ah ne, die brauchen wir eigentlich nicht. So, ab damit. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben keine Waffen. Wieso können wir keine Waffen auswählen? Und das liegt daran, dass wir hier so geduckt sind. Ne, ich kann keine Waffe auswählen. Halt! Wer ist da? Oh, 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 entspannt sich. Ja. Hey, alles gut. Es ist ein Mensch. Mach das Licht aus. Nun, du siehst nach einem Menschen aus. Haha, das ist es, was zählt. Komm herein, wir sind eine freie Station. Ja, wunderbar, und lasst mich rein. Diese Tore, das ist cool gemacht. Kein Feuer. Ja. Bitte bleiben Sie bei Ihren registrierten Wohnstätten und unterstützen Sie die Gesetzesvertreter bei Ihrer Arbeit. Seien Sie ausmerksam. Nicht doch. Der Feind schläft nie. Kümmere dich um deinen eigenen Kreis. Lass den Quatsch. Psst. Ruhe. Und wer bist du? Der Freund dieses Komikers? Oh nein. Du bist verhaftet. Ey, warum? Ich hab doch gar nichts getan. Schon gut, schon gut. Ich komme auch so mit. Gut. Lautere Schüsse. Ich bring ihn um. Los. Kommt mir nach. Äh, ja, wir halten mal Umschalt gedrückt. Wir wurde... Halten Sie Umschalt gedrückt, um schneller zu laufen. Äh, das ist... Äh. Ja, wir laufen ja schon. So, und jetzt? Ich geh einfach mal den Weg lang. Flüchtling. Entspannt euch. Was macht ihr mit mir? Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kans Freund gerettet. André, dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. Gut. Hallo André. Der einzige Weg führt aber über ein gottverdammtes Schlachtfeld. Die Front zwischen den Faschisten und den Rotten. Du brauchst deine Verkleidung. Nimm diese Overalls und ziehe sie über deine Sachen. Die Rotten suchen Freiwillige, um die Befestigungen der Faschisten zu stürmen. Sie wollen gerade einen Zug voll mit neuen Rekruten direkt ins Gefecht schicken. Aber du wirst unangekündigt mitfahren. Nicht gerade erster Klasse, aber du musst auch nicht mit deinem Blut bezahlen. Naja, immerhin. Wenn der Zug an der Streckensperre vorbei ist, bist du auf dich selbst gestarrt. Was haben wir hier? Jetzt müssen wir mal gucken. Was haben wir denn hier so für Waffen? Ach. Ich habe schon wieder eine Gasmaske aufgezogen. Weg damit. So, dann schauen wir erstmal hier. Die nehmen wir wieder mit. Die magisch. Das? Ist das eine AK? Ich weiß es nicht. Ach. Fragt nicht. Zack. Aber die Filter verbrauchen sie sich ja nicht so flott. So, wir laden hier mal wieder auf. Zack, 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 zack. Man sieht, wie es heller wird. Und dann schauen wir mal, wo wir langen müssen. Hier. Ja, ich glaube, ich bin autorisiertes Personal. Könnte man zumindest meinen. Es heißt, jemand ist in die Station der Rotten eingedrungen. Der Dienst ist alarmiert. Der Typ wird also keine Tatsache verlieben. In der Station wimmelt es von Spionnen. Oh, guten Tag. Kann ich was kaufen? Oh, ich habe 65 Medipacks. Ja, coole Sache. Haftdynamit, Dynamit, Dolch. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Oh, eine Revolver mit Gewehrkolben. Das ist eine coole Sache. Das ist alles so teuer. Luftdruckschatt? Doppelläufige. Uff, ihr seid mir lustig. Was gibt es denn hier noch so? Eine Kalasch. Normale Kalasch. Ich glaube... Was haben wir denn hier alles? Wir haben so eine. Ne, wir haben so was. Die VSV? Ne. Haus voll. Mit dem Tausch werden sie folgende Kosten haben. Ne, wir haben hier alles. Ich hätte noch gern ein bisschen Munition. Wenn ich das mal so sagen darf. Ah, hier gibt es einen Munitions... Patronentausch! Patronentausch! Okay. So, nehmen wir hiervon ein paar mit, denke ich. Zack, 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 zack. Munition ist immer gut. Was ist das? Das sind Kugeln. Meine Hande und ich bin. Ich war mal für dich.